Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Ich träume von einer Welt. Doch nach welcher Welt sehne ich mich? Was wünsche ich mir eigentlich? Und wie verändere ich die Welt, damit ich mich wohlfühle? Das sind Fragen, die wir heute in dieser Sendung stellen werden. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Colloquium Spirit. Ich habe hier drei wundervolle Gäste und ich freue mich schon sehr, mit ihnen heute diskutieren zu können. Aber mehr dazu nach dem Intro. So, es freut mich sehr, heute euch drei hier zu haben. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Schön seid ihr da. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch. Dann darf ich gerne mal vorstellen, hier zu meiner Linken befindet sich Lothen Erzler. Sie ist Yoga-Therapeutin und Klangtherapeutin bist du und Coach. Genau. Und zu meiner Rechten hier einmal Lothen Dohozang. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Du bist buddhistischer Lehrer und auch dich verhalte ich natürlich ganz herzlich willkommen. Schön bist du da. Und dann darf ich gerne noch vorstellen, Dorothea Amuri, du bist Pfarrerin und Seelensorgerin. Und sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Sendung. Ich freue mich auch. Dann möchte ich gerne mal mit der ersten Frage beginnen. Eine Frage, die sich wohl auch jeder Mensch zu dieser Zeit momentan stellt. Nach was sehen wir uns? Wie müsste sich die Welt verändern, damit wir uns hier wohlfühlen? Also es ist ja viel los auf dieser Welt. Aber was ist eigentlich das, was euch bezüglich jetzt am meisten stört? Was schaut ihr in dieser Welt und denkt ihr, das ist nicht schön? Ich würde tatsächlich gleich mal beginnen, um diese Frage aufzugreifen. Ja, wonach sehnt sich der Mensch? Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Aber ich denke, in uns drin ist so, gerade auch auf dieser dualen, polaren Welt, das Bedürfnis nach Harmonie und Gleichgewicht verankert. Ich denke, indirekt streben wir alle danach, die Balance zu finden. Das tut das kleinste Pantoffeltierchen, das tun Pflanzen, das machen wir Menschen. Wir alle wollen diese Homöostase, dieses Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, schwarz und weiß, Tag und Nacht. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, den auch viele Lehren und Pochen vor uns aufgegriffen haben. Ob es nur im Ayurveda ist, wo die Mitte wiederhergestellt werden soll oder in der Mind-Body-Medizin oder auch im Yoga. Überall wird so der Pfad dieser Balance, dieses inneren Friedens angestrebt. Auch in der Geschichte, in der Antike, die Mesodes-Lehre im antiken Griechenland. Immer schon war es, glaube ich, etwas, wonach wir uns sehen, so aus diesem Zentrum heraus agieren zu können und auch in unserem Zentrum zu sein. Und was gibt es denn für Dinge, die eben diese Balance vielleicht auch momentan stören? Spürst du das auch? Ich vermute, dass wir einfach so exzentrisch leben, so außerhalb unserer Mitte. Das beginnt damit, dass wir ja mit diesem Namen, den wir hier bekommen, da beginnen wir ja außerhalb unseres wahren Selbst zu leben. Weil andere erwarten Dinge von uns, erzählen Geschichten in unseren Namen hinein und wir müssen plötzlich jemand sein, der wir vielleicht gar nicht sind. Wir werden erzogen, wir werden konditioniert, wir werden auch gerade im Schulsystem domestiziert, wir werden objektifiziert. Wir vergessen eigentlich, wer wir wirklich sind und beginnen eben wirklich außerhalb dieses Selbst zu leben. Das ist so meine Antwort darauf. Ich danke dir. Und allgemein will ich einfach nochmal, damit sich eben die Zuschauer angesprochen fühlen, was sind eigentlich unsere täglich Sorgen? Was beschäftigt so einen Mensch so 24 Stunden am Tag? Hast du dazu was zu sagen? Ich fühle mich gerade ziemlich sorglos. Aber es ist ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt vor laufende Kamera sage. Ich fühle mich tatsächlich sorglos. Ich mache mir auch nicht Sorgen um die Welt. Ich bin sehr sicher, dass das gut kommt. Was mich aber sehr berührt und wo ich sehr mitfühle, sind einfach die Menschen, die so viel leiden. Und sie ein Leben führen, das sie sich selber nicht gewählt haben. Also überhaupt die ganze Kreatur, die am Leiden ist. Das heißt, wenn das beschäftigt meine Gedanken schon, wie kann ich leben, dass ich einen Beitrag leiste, damit das Leiden weniger wird. Aber ich mache mir um mich selbst keine Sorgen, auch um meine Familie, um die Erde als Gesamtes nicht. Aber ich gehe mit. Und vielleicht noch, wenn ich noch Bezug nehmen möchte auf die Frage, welches Leben wünscht sich denn der Mensch? Ich denke, diese Träume sind so individuell, wie die Menschen auch individuell sind. Ich denke, wir sind so frei, dass wir uns Fesseln wünschen können. Und es gibt wirklich auch Menschen, die sich ein Leben, das möchte ich nie haben. Weil es entweder sehr anstrengend ist oder sehr schmerzhaft oder wie auch immer. Aber wo ich denke, für mich ist das wie in einer Küche, wo ich denke, manche mögen irgendwie indisches Essen, manche mögen italienisches Essen, manche mögen es scharf gewürzt, manche mögen es mild gewürzt. Wer bin ich, um Menschen Vorschriften zu machen, wie sie ihr Essen kochen wollen oder wie intensiv sie ihr Leben gestalten wollen. Also ich habe das Gefühl, da würde vielleicht schon viel Frieden entstehen auf der Welt, wenn man Menschen einfach mal so weit möglich tun und lassen ließe, wie es für sie stimmt. Vorausgesetzt, dass irgendwie ihre Mitgeschöpfe nicht drunter kommen. Es ist vorausgesetzt, dass sie irgendwie unseren Planeten nicht kaputt machen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man leben kann. Und jetzt eben für diese Menschen, die zum Beispiel, also ich finde es sehr schön zu hören, dass du sagst, du hast eigentlich einfach kein Problem und alles ist schön. Und wie kommt man eben sozusagen zu diesem Gedanke? Weil es gibt ja Menschen, die sind unglaublich unzufrieden. Sie denken einfach, sie haben das absolut Falsche losgezogen und wissen nicht mehr weiter. Irgendwie alles, was passiert, fühlt sich nicht mehr gut an. Todesfälle in der Familie. Ich habe so ein Vertrauen, dass es nicht fertig ist, wenn wir sterben. Das habe ich ehrlich gesagt auch für all die Menschen, von denen ich höre, dass sie irgendwie durch Krieg und Unfall und Hunger und durch unsägliche Umstände umkommen. Dort, das gibt mir einen so großen Trost zu wissen, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Und dass so vieles, was wir hier jetzt nicht verstehen und nicht nachvollziehen können, dass es eine Sicht gibt, die meine übersteigt, wo aber, wo ich hoffe und glaube, dass es einen Sinn macht letztlich. Wenn ich das vielleicht gleich mal übernehmen darf. Also ich kenne da auch ganz verschiedene Zugänge, glaube ich, um zu sagen, ja, was bringt mich denn in diese Mitte oder auch in dieses Glück, was du jetzt gerade meintest, oder eben in diese bessere Welt. Viele von uns sind eben so gefangen in der Geschichte, die wir uns jeden Tag erzählen. Ja, wir denken ja 70.000 bis 80.000 Gedanken und in der Regel sind das Wiederholungsschleifen. Wir sind so wie mentale Wiederkäuer. Ja, wir denken das, was wir gestern gedacht haben, das denken wir so jeden Tag und bleiben damit aber auch immer in dieser Gravitationszone, nenne ich das jetzt einfach mal, die wir uns selbst erschaffen haben. Im Buddhismus zum Beispiel gibt es dieses wunderbare Prinzip des Beginner's Mind. Wenn wir also das, ja, das, was wir tun, so tun würden, als würden wir es das erste Mal tun, als würden wir uns daran verschenken, als würden wir das durch Kinderaugen anschauen und als Wunder betrachten, dann, glaube ich, erfahren wir erst mal ganz direkt, ganz nah das Leben und erfahren auch vielleicht eine andere Freude, als wenn es Routine ist, wenn es gemacht werden muss, wenn es so immer das Gleiche ist. Ja, wenn wir mit diesem Staunen, diesem offenen Geist da herangehen, dann können wir, glaube ich, auf eine Art und Weise Glück empfinden, aber auch über Dankbarkeit, die uns unsere Fülle im Leben suggeriert, können wir in dieses tiefe Füllebewusstsein, in dieses, ja, in dieses Grenzenlose, in das Wertschätzende, ja, auch in die Liebe letztendlich, in den Frieden. Aber auch tatsächlich der Tod, finde ich, ist für mich ein sehr, sehr relevanter Lehrer, weil uns unsere Sterblichkeit ja auch irgendwo zeigt, du hast vielleicht nicht 100 Jahre, um alles in die Zukunft zu verlegen, ja. Vielleicht kennt ihr Julia Engelmann, die da gesungen hat, One day baby you will be old. Und dieses, ja, vielleicht mache ich das morgen mal und heute nicht und morgen fange ich dann mal an, der zu werden, der ich eigentlich sein will. Aber durch den Tod als Lehrmeister wird mir klar, ich weiß doch gar nicht, wie viel Zeit mir hier bleibt. Und ich beginne jetzt zu leben, ich beginne wesentlichere Entscheidungen zu fällen und ich beginne auch das auszuschöpfen, was für mich möglich ist. Ich beginne vielleicht liebevoller, friedvoller, vergebender auch im Umgang mit meinen Mitmenschen zu sein. Ich glaube, auch das kann uns einen tiefen Zugang in diese innere Balance und in diese Mitte zurückfinden. Vielleicht kann ich da auch an dich mal, Loten, übergeben, gerade so. Und was übergeben? Ja, dieses mit den Gedanken, der Absamkeit, die Dankbarkeit. Also ich muss auch was sagen, sozusagen. Wir freuen uns auf deinen Teil. Also es ist sehr schön, euch zuzuhören. Wunderbare Fragestellung. Ja, ich habe gehört, dass vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht wurde in der Schweiz. Junge Leute, 18, 19 Jahre alte Leute, was ist eure größte Sorge? Und die Mehrheit hat angegeben, AHV und Pensionierung. Also wenn 18, 19-Jährige im Kopf AHV und Pensionierung größte Sorge ist, also es tut mir schon sehr leid. Also was sind das für Spießvolk? Lieber Hippie-Zeit. Einfach am Strand gehen, Gitarre spielen, singen, so geht es auch. Ich bin in Nepal in einem Kloster aufgewachsen mit zwölf. Und dieser Kloster hat den Namen Hippie Monastery. Weil unsere zwei Mönche, die das Kloster gegründet haben, die sind nach der Flucht aus Tibet mit den Hippies rumgehangen. Ob sie mal ein bisschen Haschisch geraucht haben? Keine Ahnung. Und da haben die langsam angefangen, bei der Hippie-Gruppe eine Meditation zusammen zu machen. Ich rede in den 60er Jahren. Und darum, der tibetische Buddhismus ist eigentlich durch Amerika und nach Europa gekommen. Und es ist Hippie-Buddhismus. Hippie-Buddhismus. Also nimmst doch die Sache nicht so ernst, liebe Leute. Genieße das Leben. Und denke nicht nach Pensionierung. Alter, du kannst gerade deinen Sarg bestellen, aus welchem Holz und so weiter. Jetzt gibt es Leute, die machen das. Ja, die machen das. Also aus der buddhistischen Sicht, wenn du hier eine heile Welt für sich, Individuum, das ist das innere Happiness, dieser Glücksein, die wir selber jede kreiert. Und wenn wir die Menschen uns nicht ändern, wenn genau diese Politiker, die heute da sind, wenn die sterben und in einen Himmel kommen, dann weiss ich nicht, ob wir da hinwollen. Also Mr. Xi und Herr Putin und Bush und so in demselben Himmel zu sitzen für die Ewigkeit, ich weiss es nicht, ob es lustig ist. Doch, ich denke, das ist lustig. Genau. Doch, also der Himmel, den ich mir vorstelle, da sind alle so erlöst und da ist niemand mehr in dieser Härte und in dieser Borniertheit. Da sind alle, haben ein weit offenes Herz, fühlen die Verbundenheit und haben Freude am Dasein. Und dann ist auch ein Xi Jinping und ein Putin lustig. Auch ein Hitler. Sehr schön, sehr schön. Der Himmel, den ich mir vorstelle, das ist ein Himmel, wo ich niemanden mehr ausschließen muss, wo ich Verbundenheit mit allen fühle und wo ich niemanden mehr verurteilen muss für irgendetwas. Das ist für mich der Himmel. Vielleicht auch zu deiner Frage, wonach strebt der Mensch? Ich denke schon, ganz egal, wie das nun das Individuum, wegen deinen Rezepten und deinen Geschmacksrichtungen das zu betonen, egal wie man Glück als Individuum betont, aber ich denke, Glück ist etwas, wonach wir alle streben. Gibt es ja auch unzählige Bücher, die Glücksforschung oder die Neurobiologie des Glücks. Allein unser Gehirn ist ja auch darauf programmiert, dass es permanent, ich sag mal, intern in seinem Drogenlabor Hormoncocktails für uns produziert, die uns in dieses Glück bringen sollen, die uns ja auch antreiben sollen, die uns ja auch motivieren können. Also ich denke schon, wie gesagt, was auch immer Glück ist und was es in der Tiefe auch bedeutet, das ist etwas, wonach wir uns sehen, eine glückliche Welt. Oder auch, wenn ich jetzt so an meine Klienten denke, mit denen ich zusammenarbeite, wonach die sich sehen. Ich glaube, um das so aus allen zu extrahieren, es ist immer diese Gesundheit, es ist der Frieden, die Harmonie, die Verbundenheit. Ja, immer wenn ich in irgendwie, zum Beispiel in der Schattenarbeit, dann frage ich, was ist denn das, wonach sehnt denn sich dein verletztes inneres Kind? Dann ist es die Liebe oder es ist das Glück. Es sind meistens nie andere Dinge oder die Unbeschwertheit oder eben der Frieden. Ich denke, auch das verbindet uns schon in der Tiefe, dass wir uns nach diesen Dingen sehnen. Ich glaube, möchte ich gerne noch was dazu sagen, weil von meiner Arbeit her auch als Sterbebegleiterin und jetzt auch durch die Arbeit als Hypnose-Therapeutin, da merke ich, das, wovon die meisten Menschen Angst haben, das ist die Angst, nicht mehr verbunden zu sein. Also auch beim Sterben, man hat weniger Angst vor dem Tod, als viel mehr Angst, irgendwie die Verbindung zu verlieren. Ja, und ich glaube, dieses Gefühl von Verbundenheit, auch mit sich selbst verbunden sein zu können, sich selbst nicht abzulehnen, sondern sich selbst anzunehmen und zu fühlen, dass ich so sein darf, wie ich bin, ich glaube, dort ist ganz viel Glück drin. Das hatten wir ja auch in dem vorherigen Interview, dass man schaut, ich bin erst mal in mir glücklich. Ich beginne hier und kann das dann nach draußen bringen, dieser Mikrokosmos. Und dann strahlt sich das aus und das große, weite Weltgeschehen. Gerne würde ich hier noch mal die Frage noch in eine andere Richtung leiten. Also mir persönlich geht es gut. Ich fühle mich wohl, ich wohne hier in der Schweiz und wir haben hier ein gutes Leben. Aber auf der Welt herrscht Krieg und Konflikte und die belasten uns. Auf der Welt gibt es Armut, es gibt Hunger und es gibt teilweise immer noch keine Gleichberechtigung oder soziale Gerechtigkeit. Und wie gehen wir mit diesem Problem hier um? Wie überlebt man das? Also einem selber geht es gut, aber man weiß, den anderen geht es gar nicht gut. Es ist schwierig, denen irgendwie zu helfen, aber wie verarbeitet man das selber? Als der ganze Krieg in der Ukraine angefangen hat, wüsste ich doch gar nicht, sind die jetzt wirklich? Machen die jetzt das wirklich? Ich meine, ist das ihr Ernst? Also mir fällt es total leicht, wenn ich einfach da, wo ich bin, einfach etwas tun kann. Also mit uns wohnt jetzt seit Kriegsbeginn, eine junge Frau aus der Ukraine. Und da bin ich mit drin. Also ich weiss um ihre Familie, ich weiss um ihre Sorgen. Aber das ist genau klein genug, dass ich das noch irgendwie verstehen kann und halten kann und helfen kann. Und das hilft mir total, mich nicht so ohnmächtig zu fühlen. Meines Erachtens sollten wir den Krieg auch persönlicher nehmen. Wir sehen den da draußen. Der ist da fernab von uns. Uns geht es gut, wie du sagst. Aber ich glaube, wir sollten verstehen, dass in den Menschen selber dieser Krieg herrscht. Dass wir da erstmal den Frieden hinbringen dürfen. Wir dürfen bei Schattenarbeit bei uns selbst beginnen. Indem wir unsere gegeneinander kämpfenden Anteile wieder in die Harmonie bringen. Indem wir unsere Wunden heilen. Weil erst wenn wir heil sind, dann können wir ja auch das Heil im Außen unterstützen und verstärken. Ich verstehe das auch so ein bisschen aus der Quantenphysik. Diese Felder, wie die ausgerichtet sind und was die auch in der Chaosforschung oder in der Memenforschung, wie auch immer das heißt, was die für Auswirkungen, und für einen Impact auf der Welt haben können. Und da ist mir so klar geworden, ich habe da wohl einen Einfluss. Wie du sagst, jemand fühlt sich erstmal so ohnmächtig. Oh mein Gott, in diesem großen Weltgeschehen, was soll ich, kleiner Mensch, in der tun können? Aber es beginnt in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Es beginnt bei meinen Worten, bei meinem Gefühl, bei meinen Taten. Und wenn ich in diesen Frieden erst einmal eingekehrt bin, der dann in mir startet, dann ist es doch so viel einfacher, auch mitzugehen, andere an die Hand zu nehmen. Wirklich auch aktiv zu tun, sich die Frage zu stellen, ja, wie kann ich hier im Kleinen, wie du das tust, anfangen, dann weiter nach draußen zu gehen? Und wie kann ich vielleicht auch noch mehr Menschen da mitreißen, wie so eine Welle? Also ich glaube, bei uns beginnen ist der erste Schritt, aber dann natürlich auch, nach draußen zu gehen, zu schauen, was sind die Schritte, die ich selber hier, die ich tun kann. Bei uns hat es eine so schöne Bewegung gegeben im Quartier. Da kam eine Nachbarin und hat gesagt, hey, können wir nicht ein paar Menschen zusammenrufen, um Friedenslieder zu singen? Und dann haben wir wirklich einfach Flyer gemacht, die verteilt, und haben uns dann einmal pro Woche getroffen mit vielen Menschen und haben Friedenslieder gesungen, einfach als der Krieg ausbrach, etwa irgendwie acht Wochen lang. Natürlich kann man sagen, das ist ein Nichts, das ist lächerlich. Aber das half total gegen die Ohnmacht und es tat so wohl, zu spüren, das sind Menschen, denen geht es jetzt nicht darum, Schuldige zu suchen und in den Hass zu gehen, sondern einfach zu sagen, hey, wir sind hier und wir wünschen uns so sehr Frieden und wir möchten dazu beitragen. Ja, dieses Zeichen zu setzen. Ja, genau. Ich glaube, uns erzählt ja auch niemand, wie machtvoll wir über unser Gedankenkonstrukt sind. Diese Schöpferkraft in uns, die erinnern sich ja jetzt immer mehr Menschen, aber uns hat das ja niemand gesagt. Aber wie du sagst, was wir damit bewirken können, es gibt Versuche, wo Mönche in China es geschafft haben, das wurde über bildgebende Verfahren wirklich nachgewiesen. Innerhalb von einer Stunde haben zwei Mönche einen Tumor durch ihre Geisteskonzentration geschrumpft. Oder wie du sagst, dieses gemeinsame Singen, dieses gemeinsame Beten. Es gibt auch Filmaufnahmen, wo Menschen das Wetter beeinflusst haben. Die haben einfach den Sonnentanz gemacht, weil es ihre Kultur so hergibt, haben die Sonne angebeten und den Regen eben ja darum gebeten, dass der nun abzieht und es ist eingetroffen. Ich hatte das neulich erst am Wochenende, wenn ich das erzählen darf. Wir waren hier mit den Wichels Kindern aus der Thruismountain-Klinik unterwegs und da sagte Friederike so zu ihrem kleinen Sohn, Mensch, weißt du, es regnet heute, aber du bist so mächtig mit deinen Gedanken. Versuch doch mal, die Sonne herzubeten. Und der Kleine hat wirklich ganz fest dran geglaubt, dass jetzt die Sonne rauskam und sie kam. Ganz egal, wie das zusammenhängt, aber ich glaube, wir haben wirklich eine wahnsinnige Mentalkraft, die wir nutzen können. Deswegen finde ich das so schön zu sagen, ja, wir beten für den Frieden, wir singen für den Frieden und umso mehr Menschen dieses Feld stärken, desto größer wird das. Nur, dass wir ja leider durch die Medien, die uns immer diese Angst schüren, ja permanent das Feld mit unserer Mentalkraft stärken, was wir eigentlich nicht wollen. sehen, oder? Wir sehen Angst, wir sehen diese zerstörerischen Bilder, wir sehen schwarz wird wirklich und logischerweise, umso mehr Menschen diese Bilder sehen, desto mehr wird dieses Quantenfeld gestärkt und das wird zu unserer Realität. Gedanken werden Dinge, dein Geist erschafft Realität, erzeugt das, wie so ein Produkt, was dabei rauskommt. und vielleicht beginnt es auch in unseren Gedanken. Dass wir eigentlich das, was wir erreichen wollen, auch fühlen. Das kommt bei sich. Na klar. Natürlich, ja. Und eigentlich sozusagen, das, was wir fühlen, das, was wir denken, das ist ja nicht einfach nur privat, sondern geht auch nach außen. Absolut. Das finde ich sehr schön. Lothen, willst du dazu auch noch was sagen? Ja, ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. Gerne. Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Nein, also es gibt eine Zen-Geschichte in einem, in einem Gegend in Japan, war ein buddhistisches Kloster und dort war ein Meister und zu ihm kam ein Samurai, ein japanischer Ritter, kam zum Meister und sagt, Meister, sage mir, gibt es einen Himmel, gibt es eine Hölle? Und der Meister schaute ihn an und sagt, das weißt du nicht, das weiß in Japan jedes Kind. Und er fühlt sich in seinem Ritter stolz verletzt und er zog aus der Scheite sein Schwert und wollte den Meister köpfen. Und der Meister sagt, schau da, öffnet sich das Tor der Hölle. Er begriff es und steckt er sein Schwert in die Scheite zurück und der Meister sagt, schau da, öffnet sich das Tor des Himmels. Himmel und Hölle ist die Kreation unserer Gedanken. Man sagt in den Vereinigten Nationen, in den wichtigsten Schriften, Kriege beginnen im Gedanken. Wenn der Krieg in Gedanken beginnt, können wir auch erst den Ansatz, Krieg zu beenden, ist in Gedanken. Leider gibt es heutzutage zu viele Hassprediger. Diese Leute treiben mehr und mehr Menschen, Meinungen in die Demokratie zu dem Hass und Hass führt, man braucht gar nicht nach dem Tode irgendwo nach oben oder unten zu landen. Der Mensch kann den anderen Menschen zur Hölle auf ihrem Leben machen. Da sind wir menschenfähig. Also darum, die, die du so schön schilderst, Frieden, Glück, fängt hier in meinem Gedanken, die ich dann ausstrahle. Das ist das auch die wesentliche Botschaft seiner Heiligkeit, Dalai Lama und Buddha. Das ist der Menschen und seine Heiligkeit hat keinen Satz etwas Negatives über das chinesische Volk gesagt. Er hat die Politik immer wieder kritisiert. Wenn Menschen anfangen, einander zu hassen, in der Rolle von Täter und Opfer etc., das hört nicht auf. Das wird nicht aufhören. Und wir werden enden beim Atombomben und dritten Weltkrieg. Also es ist gefährlich, von Anfang an die Gedanken nochmal zu realisieren, wo das enden kann. Weil die negativen Gefühle sind die Ursachen unseres Leidens. Was sich individuell, wenn wir leiden, laut Buddha, ist zu viel Wollen. Indra Gandhi, nein, der Gandhi hat gesagt, das Wollen, die Gier eines Menschen, er hat analysiert, was die Briten über 200 Jahre alles Indien weggenommen hat. und sagt, die Gier eines einzelnen Menschen ist so groß, dass das Gesamtreichtum von Indien nicht ausreicht. So gierig sind wir Menschen. Ein einziger Mensch, die Gier ist grenzenlos. Also wenn wir hoffen, wenn wir etwas wollen, erfüllt wird, werden wir nie glücklich. Weil wir diese Durst im großen Meister vergleichen, wenn du Durst leidest, wenn du je mehr Meereswasser trinkst, desto mehr Durst bekommst du. Also der Buddha sagt, wenn du, möchtest du glücklich sein, dann wie du gesagt hast, weniger wollen. Weniger wollen. Und das andere negative Gefühl ist die Abneigung. Die Abneigung und Hass mit sich selbst zu anderen Menschen, die du aus deinem Ego-Denken richtig ist. Das ist sehr wichtig. Ohne zu hinterfragen. Es gibt verschiedene Perspektiven, leider. Wobei, wenn du in dem drin bist, das ist ja ganz schwierig, dort selber wieder rauszukommen. Und ich denke, viele Menschen leiden jetzt nicht besonders jetzt nur an Gier oder an Hass, sondern ganz viele sind einfach zutiefst verunsichert oder haben Angst oder fühlen sich eben nicht verbunden. Und dort denke ich auch, reicht das Denken alleine nicht. Das Denken heilt nicht und das Denken versöhnt auch nicht und bringt auch nicht die Vergebung. Also ich kann schon denken, ich vergebe dir, aber wenn dann immer noch dieser Groll da ist oder wenn dieses, man ganz viele Dinge, die hat man ja wirklich körperlich und die verfolgen einen bis in die Träume. Und da habe ich jetzt eben das Werkzeug der Hypnose gelernt. Schön, wow. Das entzückt mich. Das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich unglaublich. Weil dort ist so viel Heilung möglich. Man kann Menschen in Momente zurückführen, wo sie sich erinnern, dass die irgendwie traumatisch waren. Wow. Und mithilfe der Hypnose kannst du die Situation einfrieren. Und das ist dann möglich. Also wenn ich mit meinem bewussten Verstand noch da bin, denke ich ja, nein, ich kann diesen Täter nicht jetzt irgendwie stocksteif stehen lassen. Der hat sich ja bewegt, der hat mir ja das und das angetan. Aber in der Hypnose ist es möglich, dass der Mensch, der mir was angetan hat, einfach eingefroren ist, weil ich ihn mit einer Fernbedienung jetzt einfach mal still stehen lasse. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir Ressourcen zu suchen. Entweder mich selbst als ein Moment, wo ich kraftvoll schon war oder wo ich vielleicht mal kraftvoll sein werde. Oder vielleicht auch die Ressource eines Engels oder von Gott oder was auch immer. Schon das macht dann sehr viel aus, mir die Ressourcen in den Moment hinein vorzustellen. Und das löst etwas aus, das dann nicht einfach im Kopf ist, sondern das gibt ein Gefühl. Und was ist das für mich das Wichtigste, in der Hypnose ist dann, dass ich mir den Täter vorstelle als kleines Kind, das schutzbedürftig ist. Oder die Täterin. Also wenn ich dann irgendwie eine Zeitreise mache in die Vergangenheit dieses bösen Menschen, wo er Kind war und selber gelitten hat. Und wenn ich dann als erwachsener Mensch dorthin gehe und dieses leidende Kind sehe, dann mache ich einen Shift vom Opfer zum Helfer. und da ist so viel Liebe möglich, da ist so viel Liebe und Annahme möglich. Und wenn ich dann dieses Kind, dieses verletzte Kind irgendwie mitnehme, in die Situation nehme, wo der Täter gefroren ist, den auftaue und das eine Begegnung gibt zwischen dem Täter und seinem eigenen Kind, da ist so viel Heilung möglich. Und zwar rein durch meine Vorstellungskraft. Aber dadurch, dass ich diese Vorstellungskraft aktiviere und auch in die Emotionen gehe, die dann in dem Moment stattfinden, bin ich dann frei. Ich komme wieder raus und es ist einfach Frieden. Es ist wirklich getan. Wahnsinn. Es ist großartig. Das ist auch mit den Emotionen, was du meintest. Ich glaube, der Kampf ist ja auch schon in uns drin, weil wir gegen unsere Gefühle kämpfen. Weil wir ja diese Geschichte erzählen, was ich erst meinte. Wir müssen immer perfekt sein, immer gut drauf sein, immer lachen, immer funktionieren. Aber unsere Wut ist genauso schön wie unsere Traurigkeit, wie unsere Empörung. Ja, nur, dass wir eben kollektiv so in diesem Traum, einer von euch hat es erst gesagt, drin sind, dass wir das nicht zeigen dürfen. Nur, weil wir die Gefühle wieder fließen lassen können. Das ist das, was ein Mensch menschlich macht. Ja, das verbindet uns doch alle. Und es geht ja auch nicht darum, dass ich meine Wut an dir auslebe, sondern, dass ich meine Wut vielleicht in einem Raum für mich sogar konstruktiv nutzen kann. Und einfach erkenne, die Wut, die hat ja genauso viel, ich sag mal, Energie vom Betrag her, wie vielleicht die Freude. Ja, wie kann ich die denn einsetzen? Und wie gesagt, das muss ja nicht aneinander ausgelebt werden, sondern wir können es ja in uns heilen. Wir können unsere Wut nach Hause holen. Weil dann kann ich auch, wenn ein anderer Mensch wütend ist, ein viel, viel besser Mitgefühl erreichen. Ich habe, als ich die Traumatherapie-Ausbildung gemacht habe, da haben wir so Filme geguckt von traumatisierten Menschen. Und bei mir passierte dann das, was mir bis dahin oft passierte, ich dissoziierte. Einfach, wenn ich etwas sehe, was mir zu viel ist, dann bin ich abgezischt. Das heisst, ich war dann gar nicht mehr da, ich habe dann gar nichts mehr gefühlt, ich war einfach weg. Und da kam mein Lehrer, hat mich angefasst und hat gesagt, ey, komm zurück, drück deine Füße fest auf den Boden, spür den Boden unter deinen Füßen und atme. Und sag mir, was passiert. Und dann kam eine Energie. Das war so eine Energie. Und ich sagte, ich kriege eine Wut und ich würde jetzt am liebsten einfach Stühle und Tische zum geschlossenen Fenster einfach rausschmettern. Ich bin so wütend über diese Scheißwelt und wie das hier läuft. Ich habe so eine Wut. Und er hat gesagt, okay, wenn du abziehst, weil du es nicht aushältst, änderst du überhaupt nichts. Aber bleib mit dieser Wut und geh mit dieser Wut. Und wenn du in Verbundenheit bist mit dieser Wut, dann kannst du was ändern. Und wenn du einfach abziehst, weil es dir zu viel ist, änderst du gar nichts. Seither bin ich eine Freundin der Wut geworden. Ja, ja. Schön, schön. Wirklich schön. Du bekämpfst sie dann quasi nicht mehr oder unterdrückst sie auch nicht mehr, sondern du sagst, hey, komm rein, welche Botschaft hast du für mich? Ja. Das ist es ja, oder? Jedes Gefühl hat eine Botschaft für uns. Ja, und Wut gibt so viel Kraft, gibt auch mal den Mut, auch hinzustehen und zu sagen Stopp. Oder jemanden in den Arm zu fallen, der sein Kind schlagen will. Einfach, wenn die Wutkraft da ist, dann überlege ich mir gar nicht mehr so viel, was jetzt anständig ist oder was sich jetzt gehört oder nicht, sondern wenn ich diese Kraft vertraue und mir eigentlich auch vertraue und ich grundsätzlich davon ausgehe, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin, dann lasse ich mich zwischendurch auch mal von meiner Wut leiten. Und ich glaube, das dürfen wir all unseren Kindern mitgeben, statt zu sagen, ja, eine Dianna kennt kein Schmerz, für aufzuheulen oder jetzt hab dich doch nicht so oder pst oder ja. So dort zu sagen, wie kannst du mit deinen Emotionen umgehen lernen? Wie kannst du sie nutzen? Zum höchsten Wohle aller. Es geht ja nicht darum, im Affekt zu handeln, sondern es geht darum, wirklich im Einklang mit dem Gefühl positiv im Impact dann auch wirklich zu handeln. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Gefühle sind, es ist eigentlich wirklich interessant, ich meine, ein Mensch kann fühlen. Das ist ja etwas sehr Interessantes. Das ist etwas sehr Weiterentwickeltes. Und wir können uns eigentlich sehr wertschätzen, dass wir fühlen können. Und auch so etwas wie zum Beispiel Liebe empfinden können und eben all die anderen Emotionen. Dann ist es eigentlich nur eine Frage, wie wir eben diese kontrollieren. Denn sie zu unterdrücken, ist wohl klar die falsche Lösung. Dass man sogar, du hast ja eh erzählt, wie ein altes Trauma sozusagen nochmal verarbeiten kann. Dass wir dann sozusagen im Einklang mit uns werden. Da möchte ich aber noch ergänzen, dass nicht nur wir Menschen fühlen können, sondern zumindest die Tiere auch und ich glaube Pflanzen auch. Ja, ich glaube, die ganze Schöpfung kann fühlen. Du hast doch gerade so schön die Liebe genannt. Ich glaube, das ist auch etwas, wonach wir uns alle sehnen, oder? Aber ich glaube nicht, diese Abklatschversion aus irgendwelchen Liebesschnulzen, sondern diese wahrhaftige, tiefe, echte Liebe. Ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch sich in der Tiefe ersehnt. Liebe weiterzugeben und auch Liebe empfangen zu können. Diesen Fluss der Liebe einfach gewährleisten zu können. Nur wir sind, ja entweder wir laufen mit unserem Einkaufskorb, durch die Welt und sagen, gib mir, gib mir, gib mir Liebe. Ja, sieh mich doch endlich mal, hör mich doch endlich mal. Oder aber wir erschöpfen uns, indem wir ständig nur geben, 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 aber vielleicht auch aus dem Aspekt, Anerkennung zu bekommen, eher so als latente, subtile Strategie. Aber ich denke, wenn wir diese wahrhaftige Liebe in uns wieder erlauben, indem wir einfach uns nicht mehr permanent in diese Ritterrüstung jeden Tag stecken und eben diese Trennung vom Anderen erzeugen, die dann den Krieg letztendlich im Großen produziert. Ja, wenn wir wieder wahrhaftig und mit offenem Herzen gehen, dann können wir die anderen wie mit so einem Virus infizieren. Wir können sie berühren in der Tiefe. Und ich glaube, es braucht da weder Worte noch Gesten. Es braucht wahrscheinlich, so wie du das bestimmt unterschreibst, einfach nur diese Präsenz. Wenn man einem Menschen in die Augen schaut, der wirklich diese wahrhaftige Liebe verkörpert, das ist eine noethische, eine nonverbale Erfahrung, eine mystische Erfahrung, ja, die uns zu tief transgendiert, wirklich auf allen Ebenen. Und deswegen, das ist so auch meine Attitüde, dass ich denke, die Liebe, das ist schon etwas, wonach wir uns alle wirklich ganz, ganz tief sehnen. Und ich meine, was wir fühlen, was wir denken, das haben wir ja vorbesprochen, das bewirkt ja auch etwas. Und es startet halt bei jedem selber. Ja. Und dass dann auch andere dies machen und dann so kann man etwas in der Welt bewirken, wenn man bei sich selbst anfängt. Ja, diesen karmischen Effekt auch wieder von dir, oder? Wenn ich Liebe ausstrahle, sie kommt ja auch zurück. Ja. Oder auch die hermetischen Prinzipien unterschreiben das ja, dass dieses Gesetz der Entsprechung, das, was ich ausstrahle, das empfange ich. Ich erkläre das mal sehr gerne an den Radiosendern, ja. Die Frequenz, die ich einstelle, werde ich empfangen. Und wenn ich eben Klassikradio eingestellt habe, dann darf ich mich nicht beschweren, dass ich Klassikradio empfange, obwohl ich doch eigentlich Popmusik hören will. Ja, so die Frequenz, auf der ich bin. Und Liebe ist nun mal die höchste Frequenz neben Freude und Dankbarkeit und Glückseligkeit. Ja, auf der werde ich auch das Ganze als Antwort bekommen, als Spiegel. Und wenn ich das aber aussende, und das ist die höchste Schwingung, wie viele Menschen könnten dadurch Fahrstuhl mit nach oben fahren, oder? Wenn einer anfängt, wie du sagst, es beginnt bei mir. Wenn ich mich entscheide, mich dem Leben wieder zu öffnen, mir zu öffnen, dieser Welt zu öffnen, Mitgefühl, Liebe, dann ist das eine Welle, das ist wie Domino. Dumm, 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 dumm. Ja, das wird seine Wellen schlagen. Also so in die Richtung sozusagen, liebe deine Nächsten, richtig. Aber wie macht man das? Ich meine, vielleicht begegnet man immer wieder Leuten so, ja, die kann ich jetzt nicht besonders gut ausstellen, oder da will mir vielleicht auch nur Böses. Wie kann man trotzdem irgendwie das Gefühl weitertragen? Ich glaube, dieses Beginners-Mind-Prinzip aus dem Buddhismus ist da wieder ein guter Ansatzpunkt, ja, auf Menschen zuzugehen, ohne Geschichte über diese Menschen. Dass wir sagen, ich sehe diesen Menschen zum ersten Mal, ich weiß nicht, was das bedeutet. Beginners-Mind-Prinzip ist ein Zen-Begriff und das setzt erstens eine Meditation, die Achtsamkeit-Meditation vorab. Achtsamkeit, ja. Die Achtsamkeit-Meditation ermöglicht uns, über unsere Gefühle und Gedanken zu reflektieren. Dann setzt hier sogenannte Mind-Training im Buddhismus, Mind-Training und Mind-Training, das Hauptthema ist, die vier Arten der Liebe zu kultivieren. Und die erste Art der Liebe ist Gleichmut. Also ich liebe alle Menschen ohne Unterschied zwischen Freund und Feind. Ich liebe alle Menschen, weil jeder Mensch, Wesen, Tiere möchte geliebt werden und respektiert werden. Die zweite Form heißt Maitri, Zuneigung. Also wenn ich einen Mensch sehe, empfinde ich Freude und ein Gefühl des Gernehabens. Und das versuche ich zu entwickeln, weil jeder Mensch möchte respektiert werden. So versuche ich auch Menschen mit Zuneigung zu begegnen. Und die dritte Art heißt Corona, heißt Mitgefühl in Bezug auf Leiden anderer. Also wenn Kriege sind, Hungersnöte, jemand hat einen Unfall, ich entwickle Mitgefühl, Mitfühlen, mit dem Leiden. Und die vierte Art heißt Mitfreude. Also Menschen, die besser gehen als wir, mächtiger sind als wir, wohlhabender sind, also glücklicher sind als wir, Statt Neid, sondern Mitfreude. Das sind im Buddhismus die vier Aspekte der Liebe. Und wenn die vier erfüllt ist, dann ist der Begriff der Liebe im Buddhismus erfüllt. Sonst nicht. Genau. Aber wie machst du das? Also weißt du, das ist lebenslanger Weg. Ja. Das ist nicht einfach. Das ist lebenslanger Weg. Ja. Und das ist, wie soll ich sagen, morgen früh, wir fangen mit einem Gebet an, die genau diese vier Aspekte beinhaltet und versucht man genau durch Achtsamkeit das zu behalten, quasi so im Hinterkopf. Aber die Sache ist, das wirkt. Wenn ich mit diesen vier Qualitäten versuche, meinen Tag zu gestalten, das wirkt unter Familienmitglied, das wirkt bei Nachbarn, das wirkt auch bei den Arbeitsgebern. Also das ist sehr hilfreich. Das muss man natürlich ein bisschen für Yoga oder abnehmen oder Mindtraining, so wie beim Fitness geht. Man muss diese Bewegung immer wieder wiederholen. Ich meine, klingt das ja sehr gut, aber jetzt so als Beispiel im Alltag, ich bin am Bahnhof und mir wird die Brieftasche geklaut. Ich sehe noch, wie er da vorne rennt und mir die Zunge rausstreckt. Also das lässt sich ja auch aus der Haut fahren. Wie kann ich dann die Person lieben, die geht mir her, wenn ich das so sagen nach dem Jahr. Also wenn jemand deine Brieftasche klaut, ich würde nachrennen, versuche mir das wieder den Kerl zu fangen und nicht umsagen und warten. Ich würde laut schreien, dass die andere den Typ fängt. Und wenn der doch weggelaufen ist, dann würde ich buddhistisch meinen, ja, der macht das wahrscheinlich nicht aus Hobby oder aus Freude, andere Brieftaschen zu klauen. Dann sende ich dem buddhistisch einen guten Wunsch hinterher, möge er mit meinem Geld glücklich sein. Und damit schließe ich das Kapitel ab. Also ich mache nicht morgen meditieren darüber, meine Brieftasche ist geklaut worden, ich erzähle meine Mutter, meinen Partner und so, nach zwei Monaten erzähle ich das, weil dieses Gefühl ist negativ. Und das ist, das ist diese mentale Gesundheit. Alle Gefühle, die negativ, darfst du nicht wiederholen. Du bleibst ja selber Gefangener, wenn du daran festhältst. Es ist ja vorbei, du kannst es nicht mehr ändern. Wenn du etwas Schönes geschenkt bekommst von deiner besten Freundin, diese Gedanken darfst du wiederholen. Immer wieder freuen. Jeden Tag, wow, wie schön, ich habe so einen schönen Schmuck, wow, so schön, wow, das habe ich geschenkt von meinem Freund, von meiner Mutter, wow, das darfst du buddhistisch. Aber die negativen, forget it. Denn im Leben, shit happens. Das ist schon gesagt. Also, nimm es nicht so ernst. Nimm es so. Versuche aus der Situation, das ist buddhistischer Mindtraining, das Beste zu machen. Also, es wäre naiv, nicht dem Typ nachzurennen oder zu schreien, halte ihn. Ist auch selbst gebraucht. Wenn er schon weggeraten ist, können wir nicht zurückgewinnen. Also, mit der Polizei gehen und so, also, das wäre eine lange Geschichte. Wahrscheinlich werden die gar nicht finden, außer dass du Zeit verlierst, zwei Stunden irgendwelche Formulare ausfüllen. Also, wir Menschen sind auch fähig, wenn es einem schlecht geht, auch etwas zu geben, zu spenden. Also, wenn ich das als Spender betrachte, für sein Glück, als Mensch, dann ist mir vom Buddhismus die Sache los. Das ist unser Ansatz. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Die Buddhisten, auch Buddha, sagen nie, das ist richtig. Das ist sehr wichtig. Der Buddha sagt immer, ich habe es so praktiziert. Wenn ihr wollt, mögt ihr das auch machen. Das ist sehr wichtig. Weil die Toleranz, Toleranz ist das Wichtigste, was Krieger verhindert. Krieger mit mir, Krieger in der Welt. Wenn jemand meint, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet. Ich habe genau, das ist meine Glauben und das ist richtig. Dann wird es gefährlich, weil es wird immer wieder garantiert, jemand anderer kommt, der das Gegenteil behauptet. Also buddhistisch heisst einfach leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Toleranz hilft und Humor hilft auch. Da kommen wir in den Sinn, wie das war, als wir vor 14 Jahren in unser Haus gezogen sind, wo wir jetzt wohnen. Da war der frühere Hausbesitzer, der hatte hier ein Haus und dann waren drei Häuser, da war ein Reihenhaus mit drei aneinander gebauten Häusern und dazwischen war ein Golfrasen. Und dieser Nachbar, dem früher alles gehörte, der hat die verschiedenen Hausteile gekauft, aber der ganze Golfrasen, der war noch, da gehörte schon ein Teil davon zu uns, aber er war nicht abgeteilt. Und sein automatischer Rasenmäher, der hat den ganzen Tag einfach den Rasen gemäht. Er mochte uns nicht, weil wir Hund und Katze mit dabei hatten. Das hat er nicht berücksichtigt beim Hausverkauf. Und da habe ich eines Tages, wo ich ziemlich frisch dort wohnte, habe ich meine Unterwäsche auf dem Rasen dort aufgestellt, wo ich wusste, das ist noch unser Rasenstück und die Sonne hat genau dorthin geschehen. So habe ich den Wäscheständer aufgehängt, Unterhosen ran, BH ran, alles dort aufgehängt. Habe nicht bedacht, dass der Nachbar von seiner Stube aus direkt dann auf meine Unterwäsche sieht und dass ihm das vielleicht nicht gefallen könnte. Es hat ihm nicht gefallen, weil am Abend war dann der Stevi auf den Kopf gedreht. Das heisst, die ganze Wäsche lag auf dem Boden und die Füße waren so oben. Und es war klar, dass es nicht die Nachbarn rechts und links gewesen waren. Mit denen habe ich gesprochen und die haben gesagt, nein, der nervt sich furchtbar, wenn du deinen Wäscheständer da hier aufhängst. Das ist ein No-Go. Und dann habe ich mit meinem Partner gesprochen, hey, wie gehe ich mit dem, wie gehen wir um? Weil die Wäsche war dann voll Gras, weil dieser Rasenmäher auch die ganze Zeit da rumfährt. Und wir haben dann gefunden, okay, wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit und wir wollen Frieden. Und wir wollen hier leben und wir wollen hier gut leben und wir wollen keinen Streit haben. Das heisst, wir müssen irgendeine Lösung finden, wo dieser Nachbar nicht in die Ecke gedrängt wird, sich nicht rechtfertigen muss, aber auch, dass unsere Wäsche nicht da und umgedreht. Und wir haben dann die Lösung gefunden, bei der nächsten Wäsche habe ich die Wäsche wieder am selben Ort hingestellt und dann habe ich so Bambusstangen geholt und ich habe so wie das kleine gallische, wie das römische Lager. Bei Asterix und Oberlix. Bei Asterix und Oberlix hatten wir auch schon mal. Habe ich einfach Bambusstangen, etwa acht Bambusstangen rund um diesen Wäscheständer einfach reingerammt. Das war dann wie geschützt. Und dann kam die Frau vom Nachbarn und hat gesagt, warum tust du das? Und ich habe dann gesagt, das letzte Mal, als ich Wäsche gewaschen hatte, da lag am Abend der Wäscheständer zu 180 Grad gedreht auf dem Rasen. Die ganze Wäsche war voll Gras. Ich denke, das muss der Rasenmäher gewesen sein. Und ich möchte nicht mehr, dass dieser automatische Rasenmäher wieder in meine Wäsche rein stopft und mein Wäscheständer um 180 Grad dreht. Zwei Tage später hat der Nachbar begonnen, einen Zaun zu bauen und hat gesagt, wir mähe unseren Rasen nicht mehr, wir dürfen das jetzt selber tun. Und seither ist Frieden. An diesem Zaun wachsen jetzt Rosen und es wachsen Trauben. Es ist schön. Und es ist, wir essen, zweimal pro Jahr essen wir zusammen mit allen Nachbarn. Er ist mit dabei. Wir haben nie mehr darüber gesprochen. Sehr schöne Geschichte. Ja, es ist so kraftvoll, wenn man Frieden will. Man muss nicht kriegen. Ja, ja. Weil du hast auch fragt, was tue ich, wenn mir jemand gegenübersteht, wo du meintest, der vielleicht will mir was Schlechtes. Ich frage mich immer, ist das wirklich wahr, was ich denke? Ja, weil ich antizipiere ja in dem Moment, dass er mir was Schlechtes will, ohne dass das ja so sein muss. Ich bin ja eigentlich dann so gefangen in meinem Kopf und in dem, was ich mir erzeugt habe. Oder auch, wenn ich so merke, ich komme mit einer Person nicht wirklich klar, was du ja auch angesprochen hattest, ist immer die Frage, was spiegelt mir diese Person gerade, was in mir vielleicht noch in die Heilung will. Das meinte ich auch vorhin mit Schattenarbeit. Ja, wirklich zu schauen, wenn die Person vielleicht besonders wütend ist oder schnell aus der Haut fährt. Vielleicht bin ich jemand, der sich das nicht erlaubt. Vielleicht bin ich jemand, der immer hinser der Fassade hält, der immer zurückhält, der mit seiner Wut eben nicht gelernt hat, umzugehen. Dann ist es etwas, was ich im Außen ablehne, was aber eigentlich in mir abgespalten wurde. Und wenn wir jemanden nicht mögen, ist immer die Frage, was macht diese Person gerade mit mir, wenn ich das mal zulasse? Ja, wenn ich da halt dann nicht die Person meide oder ignoriere oder auf der gleichen Wellenlänge antworte, sondern wirklich, warum ist sie da? Was kann sie mir lernen? Was kann ich von ihr über mich auch verstehen? Denn da sind so viele Dinge in uns, die da einfach nur wie durch so eine Lampe, das Gegenüber ist wie so eine Lampe auf unseren dunklen Keller, der vielleicht zugemüllt ist. Aber in dem Moment, wo diese Lampe fällt, kann ich auch sagen, danke. Danke, dass du mir zeigst, da ist ja noch was in mir, was ich Jahre verdrängt habe oder was ich immer leugne, was ich nicht wahrhaben will. Jetzt habe ich die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Ich kann an diese Baustelle gehen und ich kann es in mir heilen. Und was ich in meiner Arbeit beobachte und was ich auch an mir selbst beobachtet habe, um so mehr ich wirklich mit der ganzen Bandbreite an Gefühlen in Frieden gekommen bin und einfach jedes Gefühl in mir abwohnen lassen, desto mehr bin ich völlig entspannt, ganz gleich, was für ein Kalibermensch mir gegenübersteht. Ja, also das ist vielleicht ein Schlüssel, den man auch so anwenden kann. Also, ja, wenn die Zuschauer das interessiert, Schattenarbeit nennt sich das, da wirklich zu schauen, hey, wo ist denn mein Schatten, den das Gegenüber gerade wirklich so knallhart spiegelt? Ja. Ja, und es ist nur so unangenehm, weil es in uns so unangenehm ist. Aber ich frage mich auch oft, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, wo ich merke, jetzt kommt hier eine Reaktion, dann frage ich mich, wie würde ein Mönch in meiner Situation diese Person sehen? Und ich denke dann immer eben so wie Lothen an jemanden, der so tiefenentspannt ist, denke mir, ja, sorry Luisa, das ist jetzt gerade dein Problem. Ja. Das kannst du immer schön bei dir angucken und nicht wieder nach draußen projizieren. Mhm. Ja, also wir dürfen da, glaube ich, wieder bei uns beginnen, wie wir das heute schon so oft auch immer als, ja, als Weg sehen. Mhm. Das war jetzt wirklich noch sehr schön. Ich danke dir. Und ich danke euch beiden natürlich auch. Das war jetzt wirklich sehr schön, mit euch über das Thema zu sprechen und es hat mir wirklich sehr Freude gemacht und ich habe auch viel mitnehmen können. Ich glaube, vielleicht kann man das auch den Zuschauern so mitgeben. Welche Welt erträumst du dir als Zuschauer und was kannst du dazu beitragen? Wie kann diese Welt erstmal in dir entstehen und wie kannst du das dann nach draußen bringen, wenn es wirklich bei uns beginnt? Aber ich glaube, von dem Punkt kommen wir gerade alle. Ja. Ja. Also ich konnte wirklich sehr viel mitnehmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. weil ich hoffe, ihr habt auch so fleißig gelauscht wie ich und konntet auch so viel mitnehmen wie ich. Ich fand es wirklich unglaublich spannend und ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander. Bis zum nächsten Mal.